Liebe Freunde, liebe Internationale, liebe Aktive, Mitdenkende, es ist ganz wichtig, am Samstag bei der Demo der Seebrücke teilzunehmen. Diesmal ist das Logo nicht, der Slogan nicht Seebrücke statt Seehofer, sondern tatsächlich Münster, sicherer Hafen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir so viele Menschen wie möglich, am besten über 1.000, Samstag auf die Straße bekommen, um hier ein ganz klares Zeichen zu setzen, dass wir in Münster es möchten, dass die Zivilgesellschaft in Münster es möchte, dass Münster zusätzlich 100 bis 200 Menschen aufnimmt. Dass wir Druck ausüben und das können wir nur, wenn wir wirklich sehr, sehr viele Leute Samstag von 12 bis 15 Uhr uns treffen, uns begegnen, um dafür zu werben, zu kämpfen und uns dafür einzusetzen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020